ja hallo leute willkommen zurück zu pass of exile the awakening nach der horror folge jetzt eine kleine pause gemacht bin wieder hier sammeln wir noch die gegenstände ein und hoffen mal dass es jetzt besser weiter läuft ich bin guter dinge dass wir das jetzt besser gebacken kriegen als noch eben wenn ich sind schafe den ganzen sachen ja auszuweichen die mir hier so um die ohren geflattert kommen so jetzt können wir uns mal an den kollegen ist ja jetzt schon platt lassen aber nix fallen leisten auf dem widerstand und geben nix die säge nicht da hochgehen nicht so weit zumindest wird man nur von den hunden unnötig viel gebissen so oft wie der molten shell hier platz ist eigentlich doch fast schade dass der kein damage mehr macht oh da ist schon wieder so ein vieh und totem wander totem fast wenn sie mal stück für stück nach vorn treppe entlang wenn ich wieder so sinnlos sterben ja da kommt noch welche mit resistenzen hoffen wir nicht gegen feuer ja hunde oh nein nicht schon wieder hunde geht weg kommen beide totems jawohl es müssten noch ein paar dran hängen bleiben oder diesen mistviechern kann man da vielleicht was cooles draus bauen nehm wir mal mit noch mehr von denen ich dachte wir haben es müssen dann jeder totems bleiben und kriegt man die auch nicht da und hier aber gehen wir rund um ein bisschen platz haben die halten einfach alles aus diese hunde noch mehr ne ok weiter geht's machen wir weiter treppe hoch oh wieder ein portal jetzt könnte es schon haarig werden oder kommt dann auch so eine map glaube ich wo man ganz viele boss mobs killen muss um den eigentlichen boss mob dann erst zu killen ja ja lass mich mal lass mich mal zu dem wegpunkt ich glaube das könnte jetzt der sein oder hier gibt es keinen wegpunkt level 69 mobs was haben wir 68 ne wir probieren es mal verstecken sich doch fies in der ecke der kollege arbeitet mit molten mit na molten strike meine ich tukitaba wo ist das denn ist hier was zu holen ne da müssen wir wohl in die andere richtung feuer golems super und feuerwürmer noch besser ist ja alles wie für uns gemacht oh god nein oh god wie soll ich das schaffen aussichtslos fragezeichen wie kriege ich denn seine kuppel kaputt dass ich hier überhaupt mal schaden mache auch Au, au, au. Hm. Das kriegt da ganz leicht Schaden ab. Aber es ist wirklich... Man könnte sagen, minimal. Sein Energy Shield lädt sich fast schneller auf, als das, was ich an Schaden mache. Oder die Totems, besser gesagt. Selbst jetzt, wo er mittendrin steht. Jetzt haben wir ihn vielleicht da in der Ecke eingekasselt. Das könnte was werden. Aber es macht gerade keinen Schaden. Warum das nicht? Jetzt wieder. Hm. Ja. Ist ja nur ein DPS von 2000 fast. den er da minutenlang aushält fühlte stunden da lässt ein was fallen das ist nicht fantastisch ach du heiliger ich wollte fast sagen naja die gehen eigentlich ich würde sagen die gehen eigentlich oh ein orb of chance, den nehmen wir natürlich gern mit halt uns mal lieber den rückzugs weg frei hier ok yep hm 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 tja wo geht es jetzt weiter ich würde dann gerne nach oben weiter gehen eigentlich so nördlich schau mal schau mal wie es da aussieht geht gar nicht weiter hier hm 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 Ja, endlich mal wieder Feuergolems. Das wurde fast langweilig. Ist hier drin was zu holen, außer ner Walle nix. Dann boxen wir uns mal durch dieses Dorf. Schauen wir was uns dahinter erwartet. Erstmal kommen wir nach Bossmobs, die Blitze schießen. Oh, dann gehen wir ins Haus, ne? Dann sollten wir ja... Ne, die können doch ins Haus Blitze schießen. Da kennen die nix, ne? Oh Gott, oh Gott. Ich glaub den sollte ich aber aus dem Weg räumen. Okay. Das hätten wir auch geschafft. Kümmern wir uns um den Nächsten. Da ist er schon halbtot. Und wir gehen immer höher, immer höher. Müssten wir irgendwo mal rauskommen hier aus der Hölle, wenn wir immer höher gehen. Das war schon wieder so ein Verhängnis von Aurukla, der dann plötzlich zum Tode führen kann. Ups. Das wollte ich gar nicht, wollte das machen. Ja, irgendwie ist der Ping heute nicht... Nicht gut. Glück gehabt, dass ich gerade noch weggegangen bin da. Weg. Okay. Okay. Er ist platt. Wie viel Prozent? Sechs. Ne, lass mal liegen. Die Maps hier dauern alle eine gefühlte Ewigkeit irgendwie. Schön eine Viertelstunde fast hier am Meeren. Noch gar nicht weit vorwärts gekommen, habe ich so das Gefühl. Ah, endlich mal noch Feuergolems. Und ne Strongbox, die bestimmt richtig krass ist. Hm, 3 Packs of Monsters. Ja, wir hauen einfach mal dran, oder? Geht's hier runter? Ja. Immer Fluchtwege sichern. Dieser kleine Feuergolem, der nervt so sehr. Ich meine, er macht nicht viel Damage und nix, aber einfach nur, dass er mir die ganze Zeit hinterher rennt und mir immer mal einen reinwircht. Das nervt einfach. Das war jetzt auch sehr, ja, hätte man sich auch schenken können. Ja, für die XP war es gut, falls wir mal wieder sterben. Oh! Chromatic Orb Ja, damit Schon wieder Wir lassen die einfach da Und hauen ab Oh Gott, nein Ja, jetzt geht's ja einigermaßen Ich hoffe, kommen wir dann mal irgendwann auch zum Ende Ich wollte es eigentlich nicht über drei Folgen hinziehen Ich dachte eigentlich sowieso, dass wir das schneller schaffen hier Sterbt alle Lasst mich hier durch Das ist so fies Man sieht's nicht Und dann mit einem Geht man ins Haus und man kriegt voll eine rein So, wo geht's jetzt hier weiter Oh Wer macht dieses Level Design Sein Okay Oh Ich wollte mich False Ich kann das wieder Ich wird belastet Ich comic Ich bin drei Ich kann das mal Ichücke was ich Ich binomas Wie ist das mal Ich bin ne的 Keiter Und das mal Ich bin äro Ich will das mal Ich bin das mal Hier ist wieder ein Weg. Das macht Hoffnung. Hm. Okay. Ich dachte, der führt jetzt hier direkt zu einem Portal. Nein, nicht mich. Hau diese Totems. Oder sterb. Jo. Ah, noch einer. Oh, und mal wieder ein blaues Würmchen. Das wird sich auch wieder hinziehen. Ach man. Vielleicht gehen wir auch einfach weiter, hä? Lassen dieses Würmchen einfach Würmchen sein. Caldera of the King. Oh, hier ist er. Hier ist er. Damit bin ich ja jetzt gar nicht... Damit habe ich gar nicht gerechnet, dass ich jetzt aber immer vor dem stehen. Okay. Los geht's, ne? Brauche eigentlich nur eine Bewegung bleiben, hoffe ich. Das ist ja keine super, mega fiesen Attacken. Spammed. Denen man gar nicht ausweichen kann. Oh, sowas zum Beispiel. Aber langsam geht's schlechter. Wir haben kaum was abgezogen. Oh, oh. Was hat denn er? Resist Chaos, resist Elemental Damage. Jo, klasse, ne? Ist ja genau das, was wir brauchen. Tja, ich würde sagen, wir deleveln, aber ich will ihn jetzt unbedingt platt haben. Und, hat er war, was aber nicht ... Gehthis ist geschwenz Elemental da. Na, na, da's alles Island. Aber hammer dann auch immer wieder. Tja, ne? Er, hat das ist stepping. Ich kann das, was wir brauchen. Oh, ne? Oh, ne? Ich kann das, was wir bringen. Okay. Oh, ich oh. Jetzt läuft es ein bisschen besser würde ich sagen Ja man muss dann halt immer in eine Richtung locken und dann in die andere Richtung laufen so wie es aussieht scheint eine gute Taktik zu sein In die Mitte immer die Totems spawnen möglichst und dann einfach sehen, dass wovon nichts getroffen wird Oh Gott, es war wieder sehr sehr knapp Totems sind auch beide weg Worst Case Die sollten immer so am Leben sein, damit er sich auch darauf konzentriert die zu hauen Wenn die sterben ist Mist Vielleicht gar nicht allzu sehr zusammenbauen die Dinger, ein bisschen auseinander Dass er die nicht mit einem AOE beide killen kann Nein, das war doof Oh Gott, 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 oh Warum sterben die nicht? Was sind das für Viecher? Das ist alles solche Golems oder was? Ach hier, das sind On. Was? So viele. Raging Spirits. Okay, mit frischen Frischen Live Flask schaffen wir es vielleicht. Oder auch nicht. Alter, wie krass ist denn das? Ich will jetzt trotzdem umnieten. Auch weil ich jetzt delevelled bin, glaube ich schon. Blöner Penner, Alter. Das gibt es doch nicht. Was soll man dagegen machen? Wie soll ich jetzt hier wieder reinkommen? Aber ich kann kein... Jetzt verliere ich nix mehr, oder? Oder doch? Kann man das mal jemand erläutern? Das ist doch total bekloppt. Aber selbst wenn ich den jetzt vorher anmache, nutzt es mir nix. Weil wenn ich hier reingehe, bin ich doch der Held. Boah, Leute. Wie krank ist das denn? Was war das denn bitte? Das war ja total abgefahren. Am Ende gibt es auch dafür wieder eine ganz einfache Erklärung und einen Trick. Manchmal frage ich mich ja selber, wie ich es geschafft habe, in einem Spiel so weit zu kommen. Na ja, Geduld. Zahlt sich eben manchmal auch aus. Jetzt habe ich wieder keine Flaschen mehr. Jetzt können wir da eigentlich nur noch sterben. Oder wir machen ein Portal in die Stadt, wenn wir das schaffen. Und springen da durch. Knappe Sache. Kann ich das auch... Ne, das kann ich ja hier nicht. Hallo, da bin ich wieder. Ah, der hat mich auch erwartet. Ich renne genau rein, ne? Wie blöd. Kann man denn... Nun ja. Lass mal wieder auf dem Messer schneiden. Das sieht schon wieder beschissen aus. Der ist aber auch unkaputtbar, oder? Müssen wir jetzt nochmal in die Stadt. Mal Flaschen alle. Nein, wir haben es geschafft. Juhu. Ja, vor allem brauchen wir es nicht unbedingt. Oh Mann, blamabel. Ja gut, hier gehen wir gleich nochmal zurück. Aber das kann ich ja dann jetzt ohne euch machen. Den ganzen Mist hier noch aufheben. Ja, waren jetzt zwei nicht ganz so tolle Folgen. Ich hoffe, es hat trotzdem vielleicht ein bisschen Spaß gemacht, zuzusehen. Für mich war es eher, ja, nervenaufreibend, sagen wir mal so. Aber ich mache trotzdem weiter. Ich hoffe, wir sehen uns einen der nächsten Folgen. Bis dahin. Macht's gut, Leute. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.